na gut dann gucken wir uns mal ein bisschen weiter um die kiste hatten wir schon hier unten kamen wir her ein katapult ok da ging es raus aber nein ich werde meinem eigenen radschlag folgen ich werde immer schön jedes gebiet vollkommen durch forsten bevor ich irgendwann weitergehe ich denke dass es ein kind ist vielleicht auch eventuell die medusa da wegtun was zum knallt es ab knallt es ab konzentration leute konzentration beschützt das kind also ich weiß es klingt jetzt komisch dass wir singende mutanten und medusa retten wollen und ich das kind nicht retten will aber das kind ist voll creepy nein das kann ich machen okay ich hätte jetzt das kind aber nicht weil sie weil ich retten möchte sondern weil ich gucken will was passiert das heißt du gehst näher ran und wartest du gehst näher ran und wartest geht alle schönen deckung dass der da in die nähe von dem fass landet gucken was das kind macht bist du nicht nah genug am fass dran das ding hätte das mädchen angreifen können hat es aber nicht die dinge sind feuerre das denn ich mag keine feuerresistenten gegner unser flammenwerfer schön überpowert glaube ich bleibt genauso stehen wie ich jetzt stehe ja durch die karte noch drehen können dass wir vielleicht ganz was zur hölle immer dahin gehen wir dahin du dreh dich mal nicht mit dem rücken zum gegner okay das ist jetzt komisch kann ich das irgendwie zu meinem vorteil ausnutzen also ob ich könnte die ganze zeit mit einem gewehr da könnte ich sprengeladen aus aus ganz gemein die ganze im gewehr hier auf den erschießen das kann also die lille ist kreatur da wollte ich nicht hingehen ich wollte mit ihm hier hingehen das mädchen naah betäubungsskiller gut das also auch nicht du wieder ein du ja komm pistole waffenskiller verbessert greifen die jetzt an oder warten die echt noch das war ein fehler von mir das ding zu versuchen zu betäuben aber ich denke wir haben genug bandagen und nahrung und was weiß ich noch einige fehler zu machen also rovic randa das ding ist nicht feuerresistent was schön ist das heißt bye 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 du überlebst noch eine runde okay äh trantin dahin pistole damit er skill bekommt in pistole dahin kohl wartet erwartet dass das ding neben dem fass stehen bleibt und vorher macht er gar nichts so bei bei liss ah oh wer hätte er sich woanders hinstellen sollen okay so du gehst dahin nimmst pistole benutze pistole mit fass bämm so was hätten wir denn gerne genauigkeit gerade wegen der betäubungspistole sehr wichtig bei ihr so du hast nur noch 58 leben du hast weniger leben dein nachkampf angefasst noch nicht fertig aber dein fernkampf 30 das wird nichts du was nimmst denn du mal du nimmst mal die schrottflinte schießen warum kannst du da nicht hinschießen schießen da hin wow okay sieben sieben kriegen wir hin äh du geh da hin schießt bitte und sie ja doch so geht ja daka 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 so das ding wird jetzt hier hinstellen und auf die medusa schießen das heißt medusa hier ist das ding da oder so putze ich dem medusa die nase mit seinem eigenen tentakel sehr komisch ähm du geh mal da hin mach fernangriff auf das ding 22 und nächste runde kannst du den stun du daka daka ist einfach mal ein bisschen weil das voll gangster ist was geht verbessert du da hin sehr schick 25 ein nach hinten du komm baseballschläger du wirst zwar keine 25 hinbekommen aber nächstes 12 und bleibst da stehen komm nahkampf nahkampf da kannst du nix glaube ich oh doch bam na genau lauf weg du feigling feige sau was soll ich das also die viecher im fernkampf genauso garstig wie im nahkampf auf jeweils eine doppelattacke jeweils bei einem geschützten ziel mit einer normalen weste 12 bis 14 schaden pro schlag schrägstrich schuss das ist schon nicht schlecht und feuerresistent das ist das nervigste an denen so schließen jetzt keine komischen kinder mehr ansprechen das gehört sich nicht du du darfst keine dynamitstangen benutzen die haben voll die vorurteile hier bei den frauen Frauen dürfen keine dynamitstangen benutzen dürfen keine komplizierteren waffen benutzen als eine pistole und haben größere brüste als köpfe naja gut der letzte punkt ist jetzt nicht ganz so schlimm aber was mit den waffen finde ich doof du da lang da hinten war nix ne nö so jetzt bitte kein kampf auf diesem schmalen gang moment mal déjà vu das habe ich schon mal gesagt ich glaube von hier kamen wir nein von hier kamen wir nicht irgendwas piept hier das ist nicht die kugel das ist nicht die kugel das ist nicht die kugel das reicht wirklich häufig schieße mit dem gewehr nicht du bekommst ne ganze menge na gut ovic bekommt noch zwei so napalm hast du du hast genug pistolen munition darfst keine andere auf dem benutzen das dynamit kannst du mal wieder weggeben dann so und du hast nix äh heilzeug habt ihr habt ihr ja hier nimm noch mehr ich glaube ich mach die nächsten zwei kämpfe einfach kompletten nahkampf waffen damit wir gar keine pension verbrauchen bevor ich das ding jetzt hebel steuert das teleskop ähm abbruch ich will erstmal einmal durchgucken und dann können wir uns wieder bewegen benutze kurz schlüssel orange ähm ok hier ist ein schlitz für eine sicherheitskarte ähm ok jetzt hebel ja ich hatte mir aber irgendwas anderes darunter vorgestellt so dass ich es durchgucken kann und dann irgendwie einen grünen meteor see der alles leben mutiert auf der erde oder so aber ne da hoch ähm das evakuierungsteam ist auf dem weg nur noch einen moment nur noch einen moment ja ein pain god ein schmerzensgod sieht aus wie komisch mutierte fledermäuse wie weit kommt ihr denn pro zog nicht sehr weit das ist sehr gut ich wollte schon auf den Medusa schießen das ist nicht so gut das heißt cool stellt sich da hin Karek stellt sich da hin du stellst dich da hin hier geht jetzt alle mit dem Rücken zu dem Ding da nein nicht ganz du da hin also ich will die Fässer nutzen das merkt ihr schon ein bisschen er steht doof aber ich denke mal der da könnte an dem Fässer an das Fässer rankommen und er hier das mit etwas Glück wobei ich eher denke dass er da landen wird aber gucken wir mal auch sehr gut nicht so gut nicht so gut nicht so gut sehr gut sehr gut okay du bedäugend genau bedäugend leichte Panzerung noch okay du und das Geräusch von denen ist echt voll nervig du weg die leben noch und die kommen das ist okay kannst da stehen ja kannst da hin du oh utzi oh sehr schön ja was das ist ein Schaden ernsthaft das ist sehr mau oh bitch er kommt da auch nicht hin aber aber Trentine ist sicher richtig also halbwegs dreh dich mal nach da und schieß mit einer Pistole auf das Fass und du stellst dich daneben und machst hoffentlich 10 Schaden das sind mehr als 10 Schaden und gehst zurück so er kriegt jetzt einen Biss ab ich hoffe mal nicht dass das irgendwie schlimm ist aber du kannst dich schon mal in seine Richtung drehen der da kommt nicht nah genug an okay zu Gegner die Viecher mit nur 3 Lebensbunden gucken wir was sie machen 14 und der Strahl von denen sah so ähnlich aus und wo bleibt der Heli ich brauche Feuerschutz jetzt so Trapsis der Heli ist immer noch nicht da diese Bieste versohlen uns den Hintern over Helikopter ist unterwegs Sir over es kommt kein Helikopter unterwegs aber sicher geben sie mir General Lamer over tut mir leid das ist ausgeschlossen der General ist momentan behindert over verhindert hören sie sie knipsen uns hier die Nichte aus wir brauchen sofort Verstärkung einen Artillerieflad irgendwas sofort over over hören sie mich hallo over Herr Fluch die Verbindung ist abgerissen scheiße feuert uns einen Fluchtweg frei sofort hier ist was faul over faul Bewegung Bewegung k höh weg diese die die die